180 mm Federweg, EP8, 630 Wattstunden, die Hardcross-Reihe von Husqvarna. Bekannt für die absolute Geländetauglichkeit und in diesem Video stellen wir euch das Hardcross 7 der 22er Produktpalette vor. Bis gleich! Die Hardcross-Reihe 7, wie ich es im Intro erzählt habe, hat 180 mm Federweg, das ist quasi der kleine Bruder zu der Extreme Cross. Das führt dann dazu, dass ich das Fahrrad eher für den Alltag benutzen kann als das Extreme Cross. Ich bin extrem wendig vorne, weil ich auch die 27,5 Bereifung verbaut habe, um die maximale Performance rauszuholen. Bei der Gabel habe ich den Fox Z verbaut mit 38 mm Strandrohren. Das ist quasi das Gegenprodukt zu einem Fox 38. Ich merke es dann natürlich jetzt in den Kurven oder aber auch beim Bremsen etc., dass die Gabel dann extrem steifig und mir dann eine maximale Performance geht. Bei dem Dämpfer habe ich den RockShox Super Deluxe verbaut mit dem Überlaufbehälter. Da habe ich natürlich auch Reserven, wenn es so richtig in Gelände reingehen soll. 180 mm vorne, hinten führt dann dazu, dass ich auch wirklich einen sehr, sehr starken Motor brauche. Und da hat natürlich Husqvarna den neuen EP8 verbaut. Der EP8 ist 30% kleiner als sein Vorgänger. Das führt dazu, dass ich natürlich auch mehr Bodenfreiheit habe. Der Motor wird durch ein Skidplate geschützt, durch Steinschläge. Ich habe auch ein Batterie-Skidplate und so bin ich auch sehr safe im Gelände unterwegs. Das Ganze mit vier Kolbenbremsen von Tektro. Da kann ich auch die maximale Performance rausholen und komme dann auch natürlich ohne Probleme zum Stehen. Bei der Schaltung sind wir die 12-Gang Eagle Ecosystem. Jetzt habe ich die SX verbaut, aber ich kann auch ohne Probleme auf GX, X01 oder XX1 AXS umsteigen, muss es nur reinmachen. Das ist dann Plug and Play und kann dann direkt losfahren. Die absenkbare Sattelschlüsse darf natürlich auch nicht fehlen. Ist auch verbaut bei der Hardcross-Reihe und das ganze Fahrrad gibt es dann momentan für 5600 Euro. Sollte eine Preiserhöhung demnächst kommen, muss man das auch noch beachten. Kann sein, dass das Fahrrad dann demnächst teurer wird. Ihr könnt dieses Fahrrad jederzeit bei uns Probefahren und auch erwerben. Wir sind in der Katharinen Gasse 14 in Gießen. Gerne schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Wir werden jetzt demnächst, weil wir haben sehr viele E-Mails von euch bekommen, mehr Husqvarna-Räder vorstellen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss. 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 Vielen Dank.